Mein Name ist Adrian Hasler. Ich bin der Gierig-Chefkandidat der FPP. Die Zukunft von unserem Land liegt mir am Herzen. Darum setze ich mich mit voller Kraft für den Leuchtenstein ein. Als Familienvater weiss ich, was Verantwortung bedeutet. Der Einbezug von Fachkompetenz im Land ist ein Schlüssel zum Erfolg. I stand für ein Plus an Verlässlichkeit. Ich bin der B Einbeziehungsmagab Untertitelung des ZDF, 2020